Tagesinfos zum 8.2.2012, Mittwoch Sonnenaufgang Stuttgart 7.45 morgens, Sonnenuntergang 5.33 abends, Tageslicht 9 Stunden 48 Minuten, 6. Kalenderwoche 39. Tag Vollmond, Oregon Territorium geteilt, Erbsenkreuzungsexperimente, elektronische Börse, Olympia in Sarajevo, Geburtstage Jack Lemmon, Sonja Thiemann, Brotestag Peter, Kirchengedenktag, Heilige Josefine Bakhita, Namenstag Johannes Milada, FDP will nicht, Rentner gegen Finanzberater, Anti-Iran-Allianz, Tote bei Explosion, Bank muss Strafe zahlen, S21 Baumverpflanzung, Moskauer Anschlag, Streit um Tempel, Zugunfall, 2 Tote in Münchmünster, mehr Geld bei VW, Lappkuchen im April, einheitliches Ladegerät, Wechsel bei den Wölfen, Schiebe im Super G.